Hasta Kamala Yoga Nidrasana ist die Yoga-Schlafstellung mit Händen in der geöffneten Lotusblüte. In Yoga Nidrasana hebe die Arme nach oben, Handgelenke zusammen, Handflächen geöffnet, Finger gespreizt. So stellen deine Hände eine Lotusblüte dar, als ob du Segen zum Himmel eröffnen willst, sich öffnen willst für den Himmelsegen oder auch als ob du nach oben erblühen willst.